Ja, guten Morgen, liebe Leute. Es ist 10 vor 8 und ich bin schon seit um 6 Uhr wach und ich wollte euch nur mal zeigen, wie ein leckeres Frühstück aussieht. Mein Roommate Herbert, der schläft noch. Der steht immer so gegen Viertel nach 8 auf. Ich habe jetzt mal was probiert. Ich habe mir mal diese Letta gekauft, weil die Butter, die Herbert isst, die hat ja 89% Fett und Letta hat, glaube ich, 39%. Also da kann man schon mal so ein paar Kalorien sparen. Und was ganz lecker ist, ist natürlich Salat und Gurke und Tomate. Und dann höre ich sehr, sehr gerne, oh, ich wollte euch zeigen, unsere Orchideen blühen wieder. Ich habe hier so eine kleine Orchideen, die sind echt, die sind wirklich echt. Ich mache jetzt mal hier das Fenster auf und zeige ich euch mal, das ist meine, nein danke, AfD-Beschriftung von hinten. Die geht draußen zum Fenster und die ist ganz, ganz, ganz lustig, weil die Leute fotografieren die sogar. Die ist schon seit der großen Demo, wo 30.000 in Münster auf die Straße gingen, ist die schon vorher gewesen am Fenster. Ja, mein Kaffee, ich habe heute leider keinen Milchschaum, aber... Und das ist WDR 3, kann ich nur empfehlen. Die spielen wunderbare Musik, christlich, geistliche, jetzt gerade ist aus dem 16. Jahrhundert, ist immer ein Trip. Das ist immer wie so eine Zeitmaschine. Also, ich wünsche euch allen einen geilen, gesegneten, tollen Tag. Euer Marc. Also, ich wünsche euch allen, gesegneten Tag. Also, ich wünsche euch allen, gesegneten Tag.